Buongiorno, ich bin's Aldolfo und ich werde heute hübsch gemacht für die Braute. Das ist nicht die Braute, das ist Yvonne, meine Maskenwäldnerin. Wir gehen auf die Suche, kommt mit. Nicht so doll. Ah, scusi, bist du die Braute? Braut? Von der Hochzeitmädchen. Oh, es gibt eine Hochzeit? Sie, ja, und ich suche die Braute. Oh, Anderling? Ja, Madame? Bin ich die Braut? Nein, Sie sind die Gastgeberin, Madame. Ah, tut mir leid. Macht nichts, aber Sie sehen auch sehr gut aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sage, Mann. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020